Hi Leute und willkommen zum nächsten Part, Diplop 2. So, ja, äh, nächster Turm würde ich sagen. Blub. Und zwar eine blaue Grütze. Mal gucken, was das ist. Wir haben's. Wir haben die Blauch-Cola-Produktion um ein Drittel reduziert. Jawoll. Der nächste Geschmack ist blaue Birne. Äh, blaue Birne. Füll dich mit genug Blau auf und klettern nach oben. Das wird wieder was hier. Oh ja. Die Grütze hat mich ja schon so angepisst. Und rein. So. Lass uns alles anmachen. Wow. Oh, wow. Knapp. Äh, ja, dahin. Wow. Move. Äh, äh. So. Oh. Oh, Penner. Wo ist jetzt wie ein Hund da da? Oh, du. Alter, ja, jetzt. Shadow Zero, ich versteh dich, Mann. Alter. Ja, ich versteh dich, aber ist ganz cool eigentlich, das Level. So. Ja, ich bin so geil. Ja, es war mit Absicht. Guck mal so. Egal, ich springt jetzt einfach drüber. So. Ja, ich springt jetzt einfach drüber. Ja. Ja. Dann kommt man her. So. würden die Interagenten hier noch einen Reservebestand an Bleichcooler lagern. Das Entschalter am Boden des Sekundärtanks legt den als erstes Tranken. Verfestig. So. So. Aufgeräumt. Oh nein, das hasse ich. Was für die Brühe hier. Oh, das war knapp. So. Das war's dann für die Reservebestand und nun zum Hauptlager. Okay. So, ein Blow und Boom. Die Cola Stack, aber da ist immer noch eine Menge Bleichsirup. Fülle den Lagertag mit ein bisschen Wasser auf, um ihn zu säubern. Bam. So, nach oben. Und so. Und noch einer. Ein kleiner Schalter. So. Und jetzt ein blauer Schalter. Irgendwo und hier. Jetzt sind wir bereit, um ein bisschen blaue Birne laufen zu lassen. Und Bäm. Yay. So muss der doch ausschauen. Sehr schön. So. So. Den ersten Tor haben wir schon geschafft. Äh, besser gesagt, den dritten Tor. Werde ich mich nicht irre. So, jetzt kommt hier die blaue Scheiße daher. Jawohl. Und jetzt kommt hier ein blaues Ding. Ähm, ja, wissen wir doch. Die ganze Kisten machen wir eh später. Wenn wir dann unten sind und alle Türme dann geschafft haben. Okay, super. Okay, super. Speichert. So. Gehen wir gleich zum nächsten, ne? Neue Bleichbebeln, bin ich jetzt mal angeboten. Soll ihr Kind nicht bleich aufwachsen? Nee, glaube ich nicht. Ui, geil. So. In Ordnung. Zitronentisch, rote Rumba und blaue Birne fließen wieder. Die Farbenergie sprengt die Skala. Also habe ich dir einen Regenbogen extra aufgeladen. Oh, geil. Mal die Labore der Qualifikationskontrolle an. Die grauliche sind dort Versuchskaninchen. Oh mein Gott! Fuck you! Äh, wo ist es? Da, okay. So, jetzt komm her. Da, 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 da. Kommt alle her. Oh ja, der, die hat euch für alles, was üblich. Äh, wo ist der Glüh? Da oben. Äh, wo ist der Glüh? Wow. Hä? 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 Ah, da unten, ne? Okay, ich komme neu aus. Ah, bäh. Glüh, komm hier, du. So, der Pfeiler hier. Befeil, diese grauligen Geschmackstester. Sie sind einer zu großen Länge, zu... Oh, einer großen Länge von Cola. Äh, irgendwas. Okay, da geht's lang. Fällige Verwirrung. Wo seid ihr denn? Ach, oben. Okay. Hallo, Blob. Hallo, Blob. Oh. Hier. Eine noch. So, wo noch? Ah, boah. Ah, okay. Also, noch. Hier. So, geschafft. Tanzfahrt-Zurz-Maschine. Weiter. Tum mir leid. Äh, dies wo? Nein. Ah, Plakat anmollen. Oder Werbetafel. Ist das gleiche. Ja, klar. Über uns. Oh, ihr scheiß Produzenten, ey. So. Oh, Stoff ist scheiße, Leute. Wow. Sehr nice, ah, sehr nice. Wow, da gehen wir gleich mal runter. Wow, wir haben 68, was soll ihr upgraden? Jetzt sagen wir kaufen noch das letzte Upgrade. Dann hätten wir das auch voll. Und dann brauchen wir für hier nichts verkaufen. Für die andere Sache, ja, machen wir einfach die nächste weiter. Aber wir haben es 200, das ist ganz gut. Hey, du sollst runter springen, ey. So. Oh, ihr Leben. Und das ist... Ah, Inspiration, dauert dich hin. So, die Super-Soda-Türmer liegen vor uns, Blob. Du musst die Zugbrücke aktivieren, aber das wird nicht einfach. Du hast du schwarz an einen neuen Ink-Agenten entwickelt. Oh, Gott, nein. Oh, fuck you. Fette Sau. Stachel-Ink-Agent. Spring nicht in seine Nähe, oder er wird schießen. Mach keine Zerschmetter-Attacke, du wirst aufgespießt. B, okay. Stürmer-Attacke. Gleich zweifach Ärger, Blob. Der Stachel-Ink-Agent hat Unterstützung. Wow. Spring nicht in ihre Nähe, sie werden dich niederschießen. Zerstoffel sie nicht, du wirst platz... Ja. Hassbegriffe. Wow. Ich bin so gut. Bin ich nicht super. Oder mit dir? Gibt es hier irgendwas? Nee. Äh, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Oh, ich werde immer reagieren. Mit ihrem fetten Ranzen da. Ja, Gott, ey. Sag ich, dass du wieder verwehrst? Oh, ich bin nicht super. Oh, ich bin super. Lola, da kann man gar nicht drauf. Hey, wow. Hi. Ach so, und jetzt? Oh, komm, ey. Oh. So, wo waren wir? Äh Äh Da So Alter, ist das behält, ey Muss ich gar nicht, dass es deinen runterholt So, du bist bei der Hälfte angekommen Was? Hälfte? Bäm So Eeeh Ein gelbe Chattel Jetzt geht auf der King-Evan-Liege-Seite Äh Ja, wie soll ich da hinkommen? Achso Oh Mann So, 1 So So Gute Abel, Plop Benutzt den roten Schalter und folge dann der Farbe Äh Rote Farbe Da lang So Und da geht's dann weiter Ach du meine Fresse Wow Okay Und jetzt Oh nein Oh Kommt mal her Ah So So Da und dann Eeeh Eeeh So Lass uns diese Anlage mit Farbenergie überladen Dann können wir die drei Britzel Brauses in die Zweidstürme leiten Ich habe einen Regenbogen extra für dich zur Benutzung aufgeladen Pass auf, Plop, sie haben dich Okay Bäm, 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 bäm Wow, grün Wo ist ein Regenbogen extra? Da hinten So Was? Lol Ach komm, du Pussy, ey Hallo Meine Fresse Hä Bis gar kein Wasser Oh Gott Oh Gott Ich hatte dieses Level jetzt schon, ey Meine Fresse Gut, dann machen wir das im nächsten Part Also Ciao, Leute Bis zum nächsten Mal